Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt und auch herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Hier gibt es täglich neue Videos zu Trashing in Themen und mal sehen, was uns diesmal der Hund auf den Teppich gemacht hat. Es geht um Tanja Makaric, Jujenko und die Frage aller Fragen und verrückte Theorien, die im Raum stehen und auch sein merkwürdiges Statement, was er heute gepostet hat. Und vorneweg, Tanja ändert das ja ganz gerne mal. Sie hat Jujenko immer noch in ihrem Profil verlinkt, trotz der ganzen Gerüchte. Und sie hat auch die Bilder wieder online gestellt. Zwischenzeitlich war nie er weg und auch Jujenko war weg. Dann war das Herzchen und Jujenko wieder da und die Bilder. Und dann stand jetzt, ist Jujenko nur noch verlinkt, aber ohne Herzchen. Also was bedeutet das? Aber die Pärchenbilder sind immer noch da. Ist das jetzt die große Krise? Und wie schon einige meinten, als sie alleine im Urlaub war, beziehungsweise ihre Familie besucht hat, wo auch sie recht kratzbürstig reagiert hat und gesagt hat, Mensch, wir haben keine Probleme, man kann auch mal irgendwie alleine unterwegs sein und es gibt vielleicht auch mal dringliche Termine und als Frau darf man auch ohne seinen Mann, ja mal ihren Mann, natürlich nicht seinen Mann, ihren Mann in den Urlaub fliegen und dort die Familie besuchen. Und ja, war dann so ein bisschen kratzbürstig. Konnte ich aber auch verstehen, weil ich glaube, diese ganzen Gerüchte nerven. Aber sie spielen ja jetzt gerade schon wieder mit den Gerüchten. Sie weniger als der liebe Jujenko, aber auch dieses Bild. Ja, bringen die jetzt beide eine Schmuckkollektion raus und beide Menschen umarmen sich. Kann man jetzt auch schon wieder reininterpretieren. Was meinte jetzt Tanja mit diesem Posting? Ja, eine Kette mit zwei umarmenden Menschen. Ganz, ganz niedlich. Und dann geht es hier aber auch ans Statement und einige haben auch gesagt, Mensch, mach da unbedingt was zu. Was geht denn da ab? Und ich werde natürlich meine Meinung dazu sagen. Hey, bekomme gerade sehr viele Nachrichten, schreibt Jujenko von euch. Die meisten sind sehr verständnisvoll dafür. Erstmal vielen, vielen Dank. Aber auch einige, in denen Promo ein Experiment vorgeworfen wird oder andere verrückte Dringe. Ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern. Wir sind ganz normale Menschen mit Gefühlen und hier wird nichts mit irgendwelchen Absichten gemacht. Wenn das jemand nicht nachvollziehen kann, dann müsst ihr mir ja nicht folgen. Es passiert gerade sehr viel und unter anderem auch der Umzug ins neue Haus, bei dem ich euch gerne ein wenig mitnehmen würde. Danke für euer Verständnis. Und ja, der Satz, ich verstehe eure Ungeduld, aber daran kann ich in der Sekunde nichts ändern, stimmt einfach nicht. Ihr hätte einfach sagen können, Leute, wir haben gerade eine Krise. Wir haben uns erstmal gesagt, wir gehen mal so ein paar Tage auf Abstand. Ich wollte auch in Ruhe mal nachdenken. Ist das jetzt die Frau, mit der ich jetzt die nächsten Jahre durchs Leben gehen will? Ja oder nein? Wir sind aber Stand jetzt nicht getrennt. Oder man hätte sagen können, ja, ich habe mich getrennt. Oder ey Leute, ich habe einfach die Bilder aus meinem Feed gelöscht, damit endlich diese Spekulationen aufhören. Obwohl sie dann erst richtig angefangen haben. Ich möchte in Zukunft mein Privatleben und meine Beziehung privat halten. Bin aber nach wie vor mit Tanja noch liiert und sehr glücklich. Ja, hätte er auch schreiben können. Und es ist auch vollkommen sein Recht zu sagen, ich sage dazu nichts, aber dann doch irgendwie ein Statement zu machen, ohne ein Statement zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Das zieht sich irgendwie bei Julienko und damals Bibi durch. Obwohl dort ja zumindest gesagt wurde, dass die sich getrennt haben. Hier muss man sagen, hat er dazu nichts gesagt. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, irgendwie ist es ja dann doch irgendwie Promo. Weil die merken natürlich, die Followerzahlen gehen stark nach oben. Und wenn er jetzt noch nichts zur Sekunde sagen kann, ja, was ist denn in ein paar Tagen? Kommt da vielleicht was Großes? Vielleicht die gemeinsame Julienko und Tanja Kette? Keine Ahnung. Also es ist alles irgendwie so ein bisschen wild, komisch und merkwürdig. Und beide spielen ja auch so ein bisschen damit in den Storys. Ob es jetzt eine Tanja ist mit dieser Kette hier und sie hat ja so schlecht geschlafen, hat sie auch eine Story gemacht, dass sie am liebsten Wasser mit Zitrone trinkt. Manche schrieben aber auch, die klang da total verheult. Das war unter den Postings von Julienko. Dann habe ich bei Julienko dann auf das Profil von Tanja geklickt. Und beide folgen sich auch nach wie vor noch und zur Stunde des Videos zumindest noch. Kann sich auch jede Sekunde ändern. Aber da habe ich dann das mir angeguckt und es klang gar nicht verheult. Also es klang einfach nur so ein bisschen müde. Also was die Leute auch immer reininterpretieren, ist auch immer herrlich. Aber ja, es wird von Julienko dann irgendwie auch alles getan, um irgendwie in aller Munde zu bleiben. Dann kommt erstmal wieder ein niedlicher Post, ein süßer Schlüsselanhänger. Auf jeden Fall eine coole Idee. Finde ich immer ganz cool, wenn Schulen und Kindergärten und wir an die Eltern denken und denen irgendwie so eine Freude machen. Wie so einen süßen Anhänger oder so. Da haben die Erzieher oder die Lehrer mitgedacht. Und hier ist dann das nächste Posting, wo man auch schon wieder viel hineininterpretieren könnte. Warum sitzt da jetzt einem leeren Platz gegenüber? Also er hätte es natürlich auf die Spitze tragen können und da wäre jetzt Bibi. Oder vielleicht irgendeine andere Frau zu sehen. Aber es hätte natürlich auch die Möglichkeit bestanden, dass plötzlich dort Tanja sitzt. Und somit wieder die Leute spekulieren. Das kam aber nicht. Beide verbringen anscheinend die Zeit momentan nicht miteinander. Und lassen die Leute im Dunkeln stehen. Jetzt wird natürlich gemutmaßt. Und wie ich einst sagte, dass Tanja ja schon ein bisschen kratzbürstig auch reagiert hat, als sie vor ein paar Wochen darauf angesprochen wurde, warum die beiden denn nicht zusammen bei ihrer Familie waren. Und sie sagte, ja, man kann auch mal alleine reisen. Beziehungsweise man kann auch mal Termine haben und alles sei in Ordnung. Man muss sagen, unter den Postings von Jujenko und auch von Tanja sind meistens auch Leute, wie Tanja dann selbst oder Jujenko, die sich gegenseitig Liebesbekundungen gemacht haben. Jetzt gerade finde ich es jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dann eigentlich die Leute, weil es auch gerade hier zugespampt wird, also ihr kriegt hier alle paar Sekunden. Tanja postet noch einen Glücksbringer. Sehr verdächtig auf jeden Fall. Also manche denken auch, die bringen vielleicht was auf den Markt. Weil es jetzt irgendwie diese Glücksbringer-Kette und auch in der Story davor hat sie da auch einen Armreif von sich geküsst. Und es wirkt schon alles ein bisschen durchdacht. Ja, also sie sind ja beide jetzt auch nicht komplett blöd. Und dennoch gibt es jetzt auch schon wieder, und das will ich jetzt einfach nur an Gerüchten, deswegen schreibe ich das auch rein, Gerüchte, wilde Gerüchte. Manche sagen auch, ja, Bibi und Jujenko sind eigentlich schon wieder zusammen. Und die werden das auch bald annoncen. Das glaube ich jetzt persönlich nicht. Ihr könnt gerne eure Meinung unten reinschreiben. Das ist natürlich eine ganz wilde Geschichte. Könnte natürlich auch immer sein. Am Ende haben die beiden immer zwei Kinder. Am Ende kann auch Jujenko gesagt haben, okay, ich bin sehr schnell mit der Tanja wieder zusammengekommen nach der Trennung. Und habe nach einem Jahr gemerkt, die Liebe ist nicht so stark wie zu meiner, ja, noch Frau. Ja, beide sind ja auch noch verheiratet, meines Wissens. Und von Bibi hat man jetzt die ganze Zeit nichts gehört. Vielleicht ist sie auch schon längst von ihrem Typen da getrennt. Und vielleicht haben sich beide nochmal angenähert. Und er ist jetzt nicht so ganz sicher. Das ist eine Theorie, das ist ein Gerücht, was sich hält. Weil ich glaube, dass beide nach wie vor zusammen sind. Weil sonst würde sie auch drastischer hier, und ich meine schon, dass sie auch sehr verliebt in ihn ist, weil sie das auch immer unter jedes Bild geschrieben hat. Und wie glücklich sie sei und auch Liebesbekundungen gemacht hat und Co. Ich glaube, dass sie deswegen das auch so öffentlich beibehalten wollte. Und dann vielleicht auch gesagt wurde, komm, wir machen uns dann so ein Späßchen draus. Du löscht da mal das Herzchen raus und dann spekulieren die Leute. Und er dann vielleicht in ein paar Tagen auch sagt, okay, er stellt das wieder alles online. Andererseits wäre das auch vielleicht für die ganze Geschichte vielleicht Follower-technisch ganz gut. Aber für das Produkt, was dann auf den Markt kommt, eigentlich nicht so geil durchdacht. Weil ich glaube, viele wären dann sauer, weil vielleicht die, die Tanja mögen oder vielleicht auch Julienko mögen, auch sagen, ey, das ist doch nicht nötig. Man könnte auch mal sowas auf den Markt bringen, ohne da auf Drama zu machen. Andererseits bringen ja auch die fremden Leute das Drama rein, durch die Kommentare. Und es beschäftigen sich sehr viele damit. Naja, das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Ich bleibe natürlich bei dem Thema dran. Das nächste Mal dann wahrscheinlich auch wieder vor der Kamera. War jetzt so ein spontanes Video am Nachmittag. Und dann sehen wir uns dann die Tage schon morgen wieder zu täglichen Dosis Trash. Bis dann und tschau, tschau.